Hallo, wie es dir gelingt, dein Kind zum Ornokalten zu erziehen? Darum soll es heute in diesem Video gehen. Bleib dran! Meist ist es so, wenn Kinder spielen, wird das ganze Zimmer oder auch die ganze Wohnung schnell unordentlich. Und wenn du dann sagst, so, jetzt müssen wir mal aufräumen, dann ist das für ein 2- bis 3-jähriges Kind oft unbegreiflich. Denn es kann nicht verstehen, warum soll ich das jetzt aufräumen, was ich gerade mühevoll gebaut habe. Diese Verhaltensweise ist für kleine Kinder unbegreiflich. Und so stört es sie auch nicht. Diese Unordnung stört meist nur die Eltern. Und so räumen sie dann schnell selber alles weg. Aber dann kann dein Kind das nie lernen. Was ist denn das Ziel von Ordnung? Das Ziel von Ordnung ist, sich das Leben besser zu organisieren und sich im Alltag besser zurechtzufinden. Und diese Erfahrung sollte das Kind auch selber machen dürfen. Wenn es zum Beispiel sein Auto oder sein Lieblingsbuch nicht findet, dann suche nicht gleich mit. Denn dann stört es dein Kind ja nicht. Wenn du es findest, dann ist die Unordnung ja nicht so schlimm. Oder auch, wenn die Gefahr besteht, dass sein Kind abends mit nackten Füßen auf die herumliegenden Lego-Bausteine tritt. Dann räume sie auch nicht schnell weg. Lass dein Kind mal diese negative Erfahrung machen. Und auch die Erfahrung, dass es sich in der größten Unordnung nicht gut spielt. Man findet nichts. Und man hat keinen Platz. Und nun zu meinen fünf konkreten Tipps. Der erste, überlege erst einmal, braucht mein Kind überhaupt so viel Spielzeug oder kann was weggeräumt werden? Dann räume es in eine Kiste und stell sie weg. Und dieses Spielzeug kannst du ja dann von Zeit zu Zeit auch austauschen. Und immer mal was anderes wegräumen. Mein zweiter Tipp ist, überlege, ob nicht in der Wohnung auch ein Platz vorhanden ist, wo das Gebaute von deinem Kind auch ab und zu mal stehen gelassen werden kann. Denn für Kinder ist es sehr frustrierend, wenn es was gebaut hat und am nächsten Tag damit weiterspielen möchte, das abends alles wegzuräumen. Vielleicht auf einer extra Platte oder unterm Bett oder auf dem Tisch oder vielleicht auch mal im Wohnzimmer. Dazu verlinke ich dir mal ein anderes Video von mir hier oben. Mein dritter Tipp ist, überlege dir einige Regeln, die du einführst, aber nicht zu viel. Zum Beispiel eine Regel könnte sein, bevor etwas Neues angefangen wird zu spielen, wird das Alte weggeräumt. Oder eine andere Regel könnte sein, einmal in der Woche wird das gesamte Spielzeug im Zimmer alles weggeräumt, weil er sauber gemacht werden muss. Oder eine andere Regel könnte auch sein, abends wird das Wohnzimmer immer vom Spielzeug freigeräumt. Ich würde mir aber nicht mehr als ein bis zwei Regeln für einen bestimmten Zeitraum überlegen, je nachdem wie alt dein Kind ist. Mein vierter Tipp ist, zum Aufräumen braucht dein Kind unbedingt deine Hilfe. Das könnte zum Beispiel so aussehen, du sagst, ich räume alle Autos weg und du räumst alle Puppen weg. Oder du stellst eine große Kiste in die Mitte und sagst, so komm, jetzt räumen wir beide alle Bausteine hier rein. Oder du stellst eine große Kiste in die Mitte, so, jetzt kommen hier alle Bälle rein. Und du machst es gemeinsam mit deinem Kind. Ich habe auch festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn man zum Beispiel die Lego-Bausteine in eine große, flache Kiste macht. So, dass das Kind, wenn es spielen möchte, nicht alles ausschütten muss, sondern die einzelnen Teile in der flachen, großen Kiste finden kann. Günstig ist da so ein Unterbett-Rollcontainer. Und mein fünfter Tipp ist, dein Kind braucht zum Aufräumen auch ein bestimmtes Ordnungssystem. Es muss ja wissen, wo wird das überhaupt alles hingeräumt. Und da sind große Kisten am besten. Und auf die Kisten vorne drauf kannst du dann ein Bild kleben mit dem jeweiligen Spielzeug, was dort reingehört. Entweder du machst ein Foto davon oder du schneidest es vom Original-Karton aus. Einlaminiert und draufgeklebt und so weiß dein Kind immer, wo gehört was hin. So, ich hoffe, meine fünf Tipps zum Ordnung halten waren hilfreich für euch. So, ich hoffe, das ist ja einfach. So, ich hoffe, das erste Dorf Assets. So, ich hoffe, das ist ja auch wirklich. So, wenn es da zwei Tage geht, glaube ich bis zum tears les儿au. So, ich hoffe, das erste choice. So, bis zum Teil. Irre guests wieder bei 2000 Juni auf, wo gehört es aus, so ein paar mira, da andere vedatbanget sind. Schwestijstätte mich damit riecht. Da war wirklich gut. Aber das meistensもし Gott über die confinement rauszüilsierte, Bis zum nächsten Mal.